Und jetzt viel Freude in der Welt der Vielflieger! Wie wär's denn mal mit einer hausgemachten Limonade in der First Class Lounge von Lufthansa? Wie wär's denn mal mit einer hausgemachten Limonade in der First Class Lounge von Lufthansa? Die Limonade, Himbeerlimonade, ein hausgemachten Eistee und die Blaubeerlimonade. Fangen wir mal mit der Zitrone an. Duftet extrem der Zitrone, erfrischend. Tolle Idee. Bisschen Sprudel könnte man da rein machen, dann wäre das eine schöne frische Zitronenschorle. Raspberry Limonade. Ist ein bisschen zurückhaltender, aber fein, ein ganz feiner Geschmack. Ein hausgemachten Eistee. Gut! Da kommt der Teegeschmack richtig gut durch. Die Blaubeerlimonade. Schön blau. Die war jetzt die einzige, die ein bisschen... Na gut, Blaubeer ist nicht so intensiv im Geschmack. Und das soll ja noch natürlich bleiben. Ich würde sagen, die Zitrone. Schöne Zitronenlimonade. Hausgemacht in der First Class Lounge bei Lufthansa. Und dazu ein bisschen Sprudel rein. Da ist der Mittag doch schon gerettet bei Temperaturen von über 30 Grad. Das war so ein kleiner Wink aus der Lounge, hausgemachte Limonaden zu machen. Geht natürlich auch selbst, indem man schön Zitrone presst, ein bisschen Zucker rein macht und dann Sprudel dazu. Also, ich hoffe das Video gefällt euch. Kurz, aber schmerzlos. Dann geht es weiter hier beim nächsten Video. Natürlich liken nicht vergessen, Kanal abonnieren. Und bis zum nächsten Mal bei eurem VIP-Vielflieger. Und hier klicken. Macht's gut!